Hallo zusammen, schön wieder eingeschaltet zu einem weiteren Video. Heute geht es noch mal in St. Anton, Part 2. Diesmal ohne E-Bike. Heute nehmen wir mal dieses Velo mit. Es ist eine gute Möglichkeit, das neue Pneum auszuprobieren. Mein neuer Goodyear Newton ST. Ich bin gespannt und wir sehen uns auf dem St. Anton. Ich bin gespannt. Das habe ich letztes Mal gesagt. Ohne E-Bike bin ich da verloren. Und ich bin wieder da und ich bin stolz. Mega Aussicht. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist auch wieder etwas Neues entdeckt, die unendlichen Trails hier. Das ist staubig wie die Sau. Eine Rutsche. Eine riesige Bremse. Ich kann ja das erste Mal ein bisschen nachgehen. Ich kann es sich gewöhnen mit dem Lichtgewicht. Ich schmecke schon ein bisschen Bier. Ja. 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 Das wird hier nicht funktionieren. Einmal Felgen geschrottet, dann gibt es sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Andreas in front. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020